Jo, halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Rayman. Ja, so wie meine Stimmung bei diesem Spiel auch geht, so heißt es auch das nächste Level, nehme ich auf und nieder. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach an. Schlimmer als bei der letzten Truhe kann es ja nicht werden. Ja, das war ja echt ein scheiß Löffel. So, und da ist er schon. Boah, nein, das war jetzt eigentlich nicht so geplant. Ähm, Momento, wenn ich das Ding jetzt... Ah, der hätte ihn doch wieder rausgekonnt. Scheiße, nein, warum habe ich denn nichts getan? Hm, okay, ich sehe schon. Da macht die Semmel scheiß nicht nochmal. Warte mal, da war doch was, oder? Ne. Aber da, okay. So. Äh, der Klärchen. So, 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 so. Klapp, wir müssen. Yes. Achso, warte mal, wenn es uns kommen wird. Na. Okay, ich habe mir das anders vorgestellt gehabt. Ich dachte, ich kann da jetzt einfach wieder so ein bisschen hoch... hüppen und, ja, Friede, Feuer, Eierkuchen und ich würde das schaffen. Und jetzt habe ich hier wieder was vergessen. Ähm, kommt hier nicht nochmal was in Herz? Jetzt müssen wir natürlich mal überlegen. Boah, das ist einfach zu knapp. Boah, da oben ist definitiv noch was. Aber so wat von. Scheiße, da kann man rein. Ich, ich sehe das. Nein, kann man nicht. Okay. Boah, ich habe mich vielleicht doch getäuscht. Ich weiß es nicht. Was ist da eigentlich so aus, als ob man... Ah, aha. Oh. Wieso passiert das? Okay, kann man leider nicht ändern. Ist jetzt passiert, ist doof gewesen. Hätte auch nicht sein müssen. Scheiße, Mann. Wieso gehst du da nicht rein? Nein, ich schwöre es dir. Ich hau dir gleich ein auf die Mappe, ey. Oh, so richtig kräftig. Da erkennt deine eigene Mutter. Nee, die mehr wieder, ey. Das schwöre ich dir aber. So. So. mann da ist doch ein stück fels wieso kann er wird er dann oder wieso verlieren unser leben so nach dem motto der nichts mehr da ist aber doch was da wird darauf gesprungen ach du scheiße das habe ich noch gar nicht gesehen da ist wie soll man denn so eine münze finden das ist mal ehrlich er kommt noch die blöde idee da absichtlich nachzugucken krass wo die sachen verstecken soll ich überlege auch gerade ob wir die münze die die blübens da jetzt einfach lassen oder ob wir jetzt doch schnappen alter das ist doch nicht euer ernst natürlich bleiben aber das ist doch kacke so was also es ist doch richtig richtig kacke einfach mal da habe ich mich jetzt eingestellt so nein wir wollen da ist noch gerade gar nicht da so rücken sondern eigentlich eher darunter kommt das ding erst wenn man das hier da ist doch aber nichts das ding ploppt erst raus wenn man da unten angekommen ist oder was ist das denn so ein scheiß ich habe ich das denn vorhin aus gut vorhin war nur aus versehen alter ich sehe doch auch da nichts mehr so jetzt fängt es an auf und runter zu gehen so alter falter da wirst du doch bekloppt bei so einem scheiß so und da wir ja immer daran scheitern an diesen scheiß lums ich würde sagen lassen wir die lums da jetzt mal lums sein also manchmal könnte ich mir selber in den arsch beißen das ist dann auch einfach so dumm manchmal es ist so unnötig nein alter wieso stößt er sich denn nicht richtig ab so ok nein nein wieso tust du das denn alter ich könnte kotzen so richtig abkotzen weißt du das ähm wieso habe ich das jetzt getan ne da kann man nicht hin ne sieht ja nicht so aus was vergessen so war ok ich glaube so ein spiel richtet sich echt an leute die einfach ne menge zeit haben und ne menge bock ok oh wir haben noch was vergessen die anderen lums da hinten so soll er keiner sagen dass wir hier so einfach aufgeben ne so schnell ne nein mann das ist doch nicht euer ernst scheiße aah ach ich hab echt komm komm selbstmord ach bring die jungen los tu es einfach tu es einfach so wir müssen uns jetzt warte mal warte mal da kann man da ne ich glaub das krieg ich nicht geschissen ich lass es mal das ist ja schon peinlich genug hm 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 Lass das jetzt mal nicht so scheiße enden. Mann, von der anderen Seite. Das gibt's doch nicht. Ah, da. Wir haben noch nicht mal den ersten scheiß Checkpoint geschafft. Da, 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 da. Das war natürlich genau so geplant, um euch das nochmal zu demonstrieren, wie man es definitiv nicht machen sollte. Ich sammle jetzt erstmal die Looms. Gibt da noch einer? Ne. Okay, wenn wir die Looms haben, dann warten wir, bis das Ding... Boah, oben ist's. Ey, so richtig knapp verfehlt. Genau wie das. Vielleicht sind Jump Runs doch nicht das Richtige für mich. Okay, den haben wir. Wir holen uns erstmal die Dinger, würde ich sagen. Okay, jetzt sind sie, jetzt sind sie weg, jetzt... Oh, sie kommen wieder. Oh, das ist ja nett. So. Oh, ja, 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 ja. Scheiße. Ey, hier gibt's nur Münzen. Was ist das denn, ey? Ich kann doch nicht nur Münzen hier geben. Wie viel gibt's denn von den scheiß Ligern? Drei Stück im ersten Teil. Haben auch sonst nix zu tun, als diese Münzen zu sammeln. Warte mal, geht das da höher? Mann, jetzt verarsch mich doch nicht. Ach, komm. Nee, geht nicht. Geht nicht, gibt's nicht. Nein! Das kommt davon, wenn man da immer so komisch hinwirken muss. Das geht da bestimmt hoch. Ich bin einfach nur zu dumm dafür gerade. Da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Also jetzt nicht so schnell. Zapp, eins aufs Auge und wir verdürken uns jetzt hier einfach. Na, da hab ich doch gleich gesehen, wo ich hin muss. So, richtig hinstellen und bam! Zack, zack! Ich will trotzdem wissen, was... Okay, das hätten wir anscheinend anders machen können, sollen, dürfen. Oh, wir haben sogar das erste sogar noch. Das ist ja mal geil. Dann bin ich, äh, schon mal damit, äh, zufrieden. Boah! Ha, ha! Fuck, Eddie, fuck! Fuck! Okay, da oben können wir nirgendswohin. Ist hier so was fieses im Wasser? Nee, ne? Anscheinend gerade nicht. Äh... Nein, 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 nein. Warte mal, wir können vielleicht... Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Du Lümmel! Sag mal, kannst du denn nichts richtig machen? Nein, kannst du nicht, okay. Okay. Boah! Komm, 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 lass das Limli doch! Alter! Okay. Hm. Diese lila Bläschen, die da unten kommen, das scheint zu symbolisieren, dass da so was Böses unten ist. Ich nenne es jetzt einfach, was böses ist. Ich traue mich da immer nicht zu springen und ich weiß noch nicht, ob das was bringt, das wenn wir nachtau... Ja, da ist nämlich ne Münze. Ist da noch irgendwas? Da ist, glaube ich, nichts Fieses. Alter, wir haben echt die Münze, ich glaub's nicht. Da, leg dir mal mit einem deiner Größe an, du Lümmel! Du Kackbratze! Bam, bam, bam! Leg jetzt ein paar auf die Fresse für euch alle! Okay. So, jetzt müssen wir nur noch überlegen. Oh, yes! Boah, haha! Leck mich, ey! Wir kriegen hier echt einiges an Looms gerade. Was ich natürlich richtig, richtig geil finde. Oh, das sieht auch mal interessant aus. Wir kommen jetzt also nach da hinten. Das hat doch schon sowas von 3D, ne? Nein, 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 nein! Was machst du denn da? Alter! Mein Fehler! Ja, mein Fehler! Ich weiß! Ich weiß! Ach, schade! Wir werden keine 350 zusammenkriegen jetzt anscheinend. Aber wir waren schon mal... Da! Guck mal! Ne, ich glaube, das funktioniert sogar nicht. Doch, wir kriegen die 350 zusammen! Bam, ist das ne geile Nummer! Ach du Scheiße! Ähhhhhhhhh! Ähhhhhhhhh! Ich komme damit nicht zurecht mit diesem... Momo Mosquito! Tick-tack-tack-tack-tack-tack-tack! So, den haben wir, okay! Ja, wie komme ich jetzt da nur wieder runter? Das ist halt natürlich... Wie soll ich das denn jetzt anstellen? Kannst du die jetzt tun? Das heißt, wir müssen eine Rakete hier drauf... Kann man hier irgendwie abspringen? Aha! Okay! Menschenskinder, ey! Da muss man doch erstmal auf so ne Scheißidee kommen, ne? Ja, ne? Ja, was ist... Der letzte fehlt uns nur noch! Alter, wir haben 354! Ich glaub's nicht, ey! Ich glaub's nicht, ey! Ja! 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 Ja, ne? Diese 50 Lums diesmal gesammelt, das ist ja schon mal wieder geil. Er stellt Schummel ja nicht oft und wenn, dann ist es natürlich schon mal, finde ich, richtig, richtig schön. Ah, toll. Da hat das ganze Fluchen doch noch zu was gebracht. 340 brauchen wir dafür, ach du heilige Wurst, sollen wir das denn schaffen? Ich muss mal kurz gucken, wie viel Level kommt denn da überhaupt noch? Vier Stück. Ach, du Scheiße. Okay, mit der Schatztroh sind es dann natürlich 5 und insgesamt sind es immer 7. Dann haben wir noch 7, 14, 21, 28 und also 33 Level noch haben wir noch vor uns. Das wird auch so einiges werden. Ja, ich würde erst mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Daumen nach oben und abonnieren natürlich nicht vergessen. Und bis dann, auf Wiederschauen. 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 Vielen Dank.